Viele Menschen in Deutschland machen sich derzeit Sorgen und ich halte viele dieser Sorgen auch für berechtigt. Die Ereignisse der letzten Tage zeigen, dass die sächsischen Landwirte, die Landwirtschaft stellvertretend für eine verfehlte Wirtschaftspolitik der letzten Jahre steht. Mit uns solidarisieren sich ja nicht nur Landwirte, sondern tatsächlich alle Branchen der Wirtschaft. Deswegen ist es entscheidend, dass unsere Signale jetzt gerade gehört werden. Und wir erwarten von der CDU, dass sie ihre Führungsrolle übernimmt, hier für einen Wandel in der Wirtschaftspolitik zu stehen. Und deswegen steht die Sächsische Union an der Seite der sächsischen Bäuerinnen und Bauern, an der Seite derjenigen, die sich auch aus der Wirtschaft große Sorgen machen und Veränderungen haben wollen. Wir werden nur mit mehr Freiheit durch diese Krise kommen. Vieles an Bürokratie muss zurückgenommen werden. Vieles an staatlicher Regulierung muss zurückgenommen werden. Und wir müssen dafür sorgen, dass Energie in Deutschland kein knappes Gut ist, kein teures Gut wird, dass wir uns wettbewerbsfähige Preise organisieren. In Berlin muss eine Politik gemacht werden, die nicht spaltet, sondern die den gesellschaftlichen Zusammenhalt, die den Konsens ermöglicht. Ich wünsche mir, dass die Bundesregierung das Signal, was am Montag aus ganz Deutschland nach Berlin gesendet wird, hört, versteht und dann beginnt, mit einer anderen Politik dieses Land wieder zusammenzuführen. Die ausgestreckte Hand ist vorhanden. Man muss sie nur ergreifen.